So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Ich habe so Halsschmerzen. Ich nehme das jetzt hier schon am Sonntag auf, für Montag wahrscheinlich, und möchte euch ganz kurz mal den HabaneroLime-Account zeigen, denn ich habe am Samstag ein Video, glaube ich, dann veröffentlicht. Das ist alles durcheinander momentan. Ich habe ein Video veröffentlicht, wo ich euch gezeigt und gesagt habe, dass ich jetzt also einen neuen Account mache. Und dieser Account komplett Free-to-Play bespielt wird. Da wird kein einzigster Cent reingesteckt. Auch wenn das ja mühselig ist, ihr wenig Pokémon-Platz habt, ihr wenig Item-Platz habt, ihr euch keine Items kaufen könnt, ihr keine Raid-Pässe kaufen könnt, aber nachdem der Main-Account eben weg ist, möchte ich jetzt auch kein Geld mehr in diese App investieren. Ausnahme, wenn ein Community-Day ist und jemand mir ein Community-Day-Ticket schenkt, dann nehme ich das natürlich gerne an. Da habe ich ja kein Geld investiert und das war ja bei uns eigentlich Tradition, dass immer zum Community-Day mir ein Ticket gesponsert wurde, dass ich die Forschung gemacht habe, habe da noch ein paar Premium-Items rausgezogen. Und sonst habe ich immer gedacht, ja, Community-Day, kennst du schon, brauchst du nichts. Jetzt brauche ich theoretisch ja alles. Erster Punkt, den ich abhaken möchte erstmal, der Account ist jetzt Level 40. Ja, ich habe jetzt immer noch 148 Freundschaftsanfragen, der Account ist jetzt Level 40. Jetzt werden sich einige wundern, weil das Video kam gestern, da war der Level 7 in dem Video und jetzt ist er schon Level 40. Ich habe den ja aber nicht gestern erstellt, ich habe den schon länger erstellt, nämlich am 6.9. Das Event mit den Vierfach-EP plus dem Vierfach-Staub ist auf jeden Fall sehr förderlich, muss ich dazu sagen. Ich habe den jetzt hier auf Team Gelb gehabt, wie ihr seht, hatte ich auch Glück. Bei den normalen Eiern, die ich ausgebrütet habe, war sogar ein Ignivore dabei, der mich jetzt wahrscheinlich zwei Monate als Buddy begleiten wird, so wie das beim anderen Dings auch war. Ich hätte die EP für Level 41 schon zusammen, woran es jetzt scheitert, ich muss noch 20 Power-Ups machen bei legendären oder mysteriösen Pokémon. Da muss ich mir vielleicht doch mal eine Meltan-Box vielleicht zulegen. Das wäre das Einfachste, da Power-Ups dann zu machen, weil du bei Meltan ordentlich Bonbons farmen kannst und gewinne 30 Raids. Ich habe nur täglich meinen Raid-Pass. Meinen allerersten Raid habe ich mit Katagami gemacht, das ist mir geflüchtet. Am nächsten Tag habe ich nochmal Katagami gemacht, am Donnerstag, da ist es drin geblieben, ich habe also ein einziges Katagami. Am Freitag habe ich dann Karguron gemacht, das ist mein erster Karguron-Raid gewesen. Und am Samstag habe ich dann ein Mega-Voltanzo-Raid gemacht, denn ich habe auch keine Mega-Pokémon mehr, keine Mega-Entwicklungen. Ich hatte alle auf Level 50 in 100%, auf Mega-Stufe 3, jetzt habe ich gar nichts. Ist vielleicht aber doch mal nützlich, gerade um Bonbons zu boosten bei diversen Sea Days. Das heißt, für das Level Up von 40 auf 41 brauche ich am mindestens jetzt noch 28 Tage, da ich täglich ja nur einen Raid mache. Wenn ich natürlich aus Aufgaben oder so einen Premium-Kampfpass bekomme, ich kann euch mal hier die Items, wir sind bei 350, das ist das Normale. Wenn ich jetzt Münzen hätte, würde ich wahrscheinlich erstmal die Items erweitern. Keine Pokémon-Box, keine Items kaufen, ich würde den Item-Platz erweitern, denn ich kann immer zu so wenig mitnehmen. Gerade am Sea Day ist es vielleicht auch richtig behindert, wenn du nur mit 20 Bällen da rumrennst. So, 25 Sonderbonbons, genau, ein Premium-Kampfpass habe ich bekommen. War das jetzt beim Level-Aufstieg mal, war das aus einer Forschung? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe auf jeden Fall noch nichts gekauft. Ich hatte zwei Lade-TMs, die habe ich schon ausgegeben, die sind schon weg. Showcase. Showcase ist wichtiger denn je. Ich habe Ferkuli beim Ferkuli-Showcase reingesetzt. Dreimal Platz 1. Und da kriegst du ja auch Brutmaschinen, da kriegst du ja vielleicht sogar Raid-Pazze, TMs, alles. Also den Showcase jetzt bei den einzelnen Sachen abholen. Wird das Interessanteste sein. Hyperbälle, Moos-Module, Sternstücke, Rauchs, Regen-Modul, 45.000 EP. Na gut, da war jetzt eigentlich nichts dabei, was ich so richtig cool fand. Wo sind denn hier die Glücks-Glücks-Glücks-Eier brauche ich eigentlich auch nicht. Rauch brauche ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, die Module sind doch das Interessanteste beim Rumlaufen, Sea Day, irgendwas. Auf was habe ich denn jetzt gehofft? Auf Brutmaschinen wahrscheinlich, genau. Auf Brutmaschinen hätte ich gehofft. So sehen gerade meine Eier aus. Ich brüte nur mit der Unendlichen. Für die eine Aufgabe mit den 30 Eiern brüten habe ich doch mal ein paar andere benutzt. Durch die Level-Aufstiege habe ich nämlich noch ein paar übrig. Jetzt dachte ich mir vielleicht, wenn ich irgendwann mal 12, 12 Kilometer Eier zusammen habe, kann ich ja mal ein Video machen, wo ich mit diesem Account 12, 12 Kilometer Eier mit einmal ausbrüte. Vielleicht so als kleines Highlight. Man könnte die sich natürlich auch aufheben für ein bestimmtes Event, aber ist eigentlich egal. Probieren wir das jetzt irgendwie anders. So, Ferculi, Hammer abgehakt. Pokémon. Ne, Pokémon nicht. Pokémon, ich muss erst mal nochmal hier reingucken. Im Heute-Tab, bevor ich es vergesse abzuholen, ist hier auch Ferculis Abenteuer. Das ist schon fertig. Ich habe das noch nicht abgeholt. Ich möchte das jetzt mal mit euch abholen. Das war nämlich hier diese begrenzte Forschung mit Ferculi, die eben nur in einem bestimmten Zeitraum da ist. 301 ist hier das Beste. Wir gehen jetzt hier mal ganz kurz durch und schauen mal, ob da vielleicht noch ein Shiny dabei ist, ob da noch ein Gutes dabei ist. 301 ist immer noch das Erste gewesen. Das habe ich mir extra jetzt aufgehoben für das Video. Das ist auch 301. An sich finde ich das Schwein eigentlich ganz cool, ganz nett. Warum das jetzt hier so heftig im Rampenlicht steht, hätten sie da lieber Krogel reingemacht. Ihr konntet euch doch aussuchen von den drei Stadern, welchen ihr näher erforschen wollt. Da habe ich Krogel genommen. Natürlich hätte ich hier gerne Krogel-Begegnungen gehabt. Also 301 ist das Höchste, was hier rauskam. Meine Studie zum Meisterball bin ich bei 4 von 60 Raids. Ihr seht, also wirklich, ich habe bisher nur 4 Raids gemacht. Zweimal Katagami, einmal Kargoron, einmal Megavoltenso. Das ist das, worum es noch geht. Das heißt, bevor ich das abschließen kann, brauche ich nochmal 56 Tage, da ich ja täglich nur einen Raid machen kann. Aber das wird sich ausgehen. Dann haben wir hier noch die Ferkuli-Sammler-Herausforderung. Die habe ich auch noch nicht abgeholt. Die möchte ich jetzt auch noch schnell machen. Denkt dran, 301 ist das Beste, was ich jetzt von dem Ding habe. Da gibt es immer mal noch ein bisschen Stau. Wahrscheinlich kommt einfach überall Ferkuli raus. Ja, das ist auch 301. Stehen wir vor, 301 wäre das 100er. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video nennen soll. Ein schweinisches Video. Habanero und das schweinische Video. Update zum Habanero-Account. 302. Das ist auf jeden Fall mehr, als erwartet. Und da das letzte, die letzte Sammler-Herausforderung mit 295. Wir können mal ganz kurz schauen, was 302 ist. Wie viel 302 ist? Ja, ist schlecht. Da hätte ich jetzt eigentlich nichts erwartet. So. Das ist alles fertig. Das passt. Jetzt gehen wir mal noch mal rüber auf den Spezial-Tab. Weil hier gibt es auch einiges zum Abholen. Ihr seht hier, mysteriöse Entdeckung. Können wir noch zwei Sachen abholen. Und da gibt es ja auch noch mal eine Lade-TM. Da gibt es noch mal eine Sofort-TM. Da gibt es Sternstück. Wir sind jetzt natürlich viele Spezialforschungen hier offen. Verdienen die Kando Silbermedaille. Fünf Bonbons durchspazieren. 22 Pokémon entwickeln. Da mit dem Abenteuerrauch müssen wir noch arbeiten. Muss ich noch zweimal einsetzen. Pflanzen und Dankbarkeit. Da sind die ganzen besonderen, äh, mysteriösen Pokémon jetzt drin. Hier Mega-Bibor sich holen. Das wäre auch interessant. Ich glaube, ich habe aber keine Hon-Liu-Bonbons. Eigentlich müsste ich fünf Power-Ups machen. Dann kriege ich Hon-Liu-Bonbons. Dann kann ich Hon-Liu zu, äh, Kokuna entwickeln. Dann wäre ich auf dieser Seite schon wieder weiter. Das ist alles so kompliziert. Wenn ich Power-Ups mache, wird das auch gleichzeitig hier weitergeführt. Hier habe ich noch nicht, ach, mach einen Schnappschuss von einem Pokémon im Freien. Das hätten wir noch machen können. Entwickel zwei hier nochmal, fünf Power-Ups. Entwickel fünf, zehn. Wir können mal, was nehmen wir denn? Wir nehmen den, das Hunduster. Damit es keinen Streit gibt zwischen euch. Hunduster, ein Schnappschuss von einem Pokémon im Freien. Gehen also auf das Fotosymbol, drücken hier unten, machen hier ein Bild. So, wofür hat das jetzt gezählt? Weiß ich nicht. Da stand was mit neun. Ich wollte doch nur den einen machen. So, damit wir hier auf der Seite weiterkommen bei allen Paldea-Abenteuern. Am Sonntag fängt ja auch der Ultra-Bonus an. 457, das ist gut. Also gut, dass Krogel drin ist, meine ich. Ich brauche einen Hunderter-Krogel. Wichtig bei dem Account, es wird nichts gesniped, es wird nichts geholt, es wird nichts über ein Pogo-Raid-Feed oder so gesucht und dann dahin und alles. Alles, was kommt, ist random. Wenn ein Hunderter gefangen wird, dann wird ein Hunderter gefangen. Wenn kein Hunderter gefangen wird, dann wird kein Hunderter gefangen. Du ziehst dir nicht gezielt die Hunderter, um die dann zu maxen, nein. Wenn du keinen Hunderter hast, dann hast du halt keinen Hunderter. Dann kannst du auch keinen maxen, dann kriegst du es vielleicht irgendwann. Daddys Krogel. Gehen wir mal auf die nächste Seite, um hier in dem Dings was zu machen. 50 Stops, 200 Pokémon, 60 Geschenke. Entwickel ein Krogel. 7 verschiedene Tage, Herzkumpel. Ja, und wie sehen die Pokémon eigentlich aus, die wir haben? Wenn wir jetzt hier durchnummeriert gehen, ich zeige euch nur mal ganz kurz, welche Pokémon ich so auf der Hand habe. Glumanda war mein Starter, den ich gewählt habe. Hondio habe ich ja aus der Einforschung bekommen, musste ich mir ein Häkchen dran machen, weil das ist total wichtig, dass ich hier dieses Hondio habe, damit wir es auch entwickeln können. Ich sehe, ich kann es schon entwickeln. Oh, warte mal, ich entwickle es mal kurz für dieses Video. Weil ich daraus ja ein Bebor machen muss, für die Mega-Bebor-Quest, um da weiterzukommen. Ihr wisst ja gar nicht, wie wichtig das ist, dass man auch Mega-Entwicklungen hat, obwohl die mir bei den Raids jetzt nicht mehr so helfen werden, aber fürs Fangen halt, mehr Bonbons und so kriegen, ist das schon gut, kann man schon machen. So, da sind ein paar Kryptos, da ist super, was ich cool finde, hier wurde ein Shiny gebrütet, aus dem 2-Kilometer-Ei war das, glaube ich, am 9.9., genau, Fluffeluff, Shiny gebrütet. Hopspross ist ja erhöht im Event, gab es vier Shinies hier dazu. Da haben wir Felino und Duster und Duster haben wir auch drei Stück, nee, sogar vier Stück. Wir haben Funfie. Die Despo da, ignoriere den mal kurz. Dann habe ich ein Mega-Voltenso-Raid gemacht, da habe ich dieses hier rausbekommen, ein 6 und... Na, das ist ein 93er. Habe ich ein 93er Mega-Voltenso rausbekommen, dann dachte ich, ich bin mega schlau. Was ist denn, was ich vielleicht machen darf? Ich habe mir über den Mega-Voltenso-Raid Mega-Energie geholt für Voltenso, habe einen Voltenso gehabt, dadurch war es kein neuer Eintrag mehr. Na, habe mir dann ein, äh, habe mir dann ein Voltenso auf Level 40 rübertauschen lassen. Also die Wahrheit ist eigentlich, habe ich mir ein Voltenso auf Level 50 geben lassen. Eins mit Random-EV, was keiner braucht. Beim Tauschen ist das Level von 50 aber auf 40 wieder herabgesetzt worden. Alle Push-Ups mit XL-Bonbons sind fort. Ich dachte, scheiß mal auf die EV, ist egal, es geht nicht mehr mehr um 100er oder sonst was. Es geht einfach nur um irgendwie effektiv dann ein bisschen reinzukommen. Jetzt habe ich das, um es täglich gefühlt einmal zu entwickeln zum Mega-Voltenso und ist auf Level 40. Es ist zwar total schlecht, aber es ist auf Level 40. Hey, das ist getauscht, ja. Also wundert euch nicht, das ist getauscht. Barmelin, haben wir noch ein paar Shinies. Dieses Togekiss. Servus, Luxus, Tomate, Pet. Dieses Togekiss ist auch getauscht. Da kann ich auch mal kurz bewerten und zeigen. Es hat auch schlechte EV. Aber das ist getauscht und das ist auch von Level 50 auf 40 runtergenervt worden. Wusste ich vorher nicht und selbst als ich es dann gesehen habe, konnte ich es nicht glauben. Habe es nochmal ausprobiert und war dann auch wieder bescheuert. So, da Tiri, auch ein paar Shinies hier dabei. Purmel, mache ich natürlich abends immer mein Zeugs mit Purmel. Die Rokara, es kommt plötzlich aus die Eier raus. Also, das ist auch, was musste man sich da abwühlen. Jetzt hat man plötzlich die aus den Eiern. Hier ist mein eines Kargoron, was ich habe in XS. Hier ist mein eines Katagami, was ich habe. Und, ja, ansonsten habt ihr da ein paar Paldea-Starter natürlich dabei. Ferculi haben wir ein paar dabei. Haben hier auch nochmal Shiny Ferculi. Weil das ja neu war. Und das ist eigentlich gerade meine ganzen Pokémon, die ich habe. Was halt total bescheuert ist. Ich habe gedacht, was sind denn für Regeln für den Account, die ich sonst noch machen kann? Ist es denn erlaubt zu tauschen? Natürlich müsste es ja erlaubt sein zu tauschen. Weil wenn mal einer kommt und man Glücksfreund wird, tauscht man ja auch. Und wenn man später tauschen darf, warum sollte man nicht am Anfang auch tauschen können? Und dann habe ich mir ein Pokémon rausgesucht, was mir irgendwie am meisten Spaß gemacht hat. Damals zu Anfangszeiten von Pokémon, als das eingeführt wurde, wo ich so viele Raids auf der Champion-Medaille gemacht habe. Und das ist Despo da. Und so wollte ich, damit ich es nicht ganz so schwer habe, wenigstens ein kleines Team haben, mit dem ich was anfangen kann. Egal welcher Raid-Boss da kommt, dass du ein bisschen raiden kannst. Und habe mir jetzt sechs Despo da mit Katapult-Steinkante rübergegeben. Und sechs Despo da mit Biss-Knirscher. Einfach nur, dass ich irgendwas habe, mit dem ich auch was machen kann. Denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich wirklich gar nichts hätte jetzt, dann hätte ich absolut keine Freude dran. Die kann ich euch auch mal kurz zeigen, wie die jetzt sind von den Bewertungen, dass ihr das mal seht. Und das ist eigentlich relativ gut. Das ist ja, 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 das ist ja. Also es wird auf jeden Fall immer schlechter. Ist ja klar, die sind nämlich auch alle auf dem gleichen Level. Aber, ja, werden halt einfach immer schlechter. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, dass man sich da was getauscht hat, das weiß ich nicht. Das müsstet ihr dann entscheiden. Könnt ihr mal eure Meinung dazu reichen. Schreiben. Ein Grundgedanke wäre auch der, wenn ich weiß, als nächstes Pokémon in die legendären Raids kommt ein Pflanzen-Pokémon, dass ich mir vielleicht einen, äh, dass ich meinen täglichen Spezialtausch mache, dass ich mir vielleicht einen Skalabra rübertausche mit Feuerattacken von einem kleinen Account. Weil ich brauche die alle nicht mehr. Ich habe damals so viel alles gesammelt. Ich könnte mir sogar einen Hunderter einfach rübertauschen auf den. Es ist ja dann kein Hunderter mehr. Aber ich hätte einen Pokémon, mit dem ich was anfangen kann, dass ich nicht komplett durchhänge. Es gibt nämlich viele, die auch gesagt haben, für den Nudel-Account weiter, da hast du viele starke Pokémon. Ich könnte mir jetzt aber immer mal, wenn ein neuer Raid-Boss kommt, einen entsprechenden Condor hier draufziehen, dass ich mit dem Condor dann schon mal gegen den neuen Raid-Boss gehen kann. Das wäre eine Option. Oder wenn demnächst ein, keine Ahnung, wenn demnächst ein Elektro-Pokémon in die Raids kommt, dann ziehe ich mir einen Boden-Pokémon rüber. Eins, was ich cool finde, mit dem ich kämpfen möchte. Oder ich habe jetzt einfach nur diese Despoder-Armee. Sechs und nochmal sechs. Und der Rest muss wirklich von alleine kommen. Wichtig auf jeden Fall, nicht gezielt irgendwas snipen, nicht gezielt irgendwie Hunderter durch irgendeinen Feed sich holen und machen und tun. Das ist wurscht. Es geht ja jetzt gefühlt eh um nichts mehr. Ich habe auch extra geguckt, dass wenn ich mir was rübertausche von dem Account, dass da nicht irgendwas aus Brasilien ist oder sonst was, sondern dass die halt wirklich alle von hier sind. Und meine Pokémon sollen wirklich alle von hier sein. Dass man die auch jederzeit dann bewerten kann und zeigen kann, dass du immer den normalen Fangort hast aus der Umgebung. So, fertig. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Das ist der aktuelle Stand jetzt gerade. Bei den Freunden kann ich noch kurz dazu sagen, ich habe natürlich meinen Code schon mal kurz geteilt gehabt. in den Fan-Chat, in die WhatsApp-Gruppe. Da habe ich schon ein bisschen gelevelt. Und als das Video kam, wurde der offiziell für alle gezeigt. Da hatte ich aber schon ein paar Freunde. Und ich habe es im Video gesagt, jeder, der edit und einfach nur blind edit, der wird ignoriert. Leute, die ich natürlich kenne und schon auf meinem anderen Account hatte, die nehme ich gerne erstmal wieder an. Leute, die ich persönlich kenne, nehme ich erstmal gerne wieder an. Aber ansonsten, wenn ihr geedit habt, dann schreibt auch einen Kommentar mal dazu, dass ihr geedit habt, dass ich auch irgendwie weiß, wer ihr seid und ob man euch kennt oder sonst was. Ich bin gestern Abend das ganze Video durchgegangen. Das hatte über 100 Kommentare. Und da waren so viele Leute dabei, von denen ich noch nie was gelesen habe, noch nie was gehört habe. Ich habe die trotzdem angenommen, weil die einfach gesagt haben, hey, ich bin ganz neu. Und ich habe dir auch mal eine Anfrage geschickt. Ich bin A, B, C. Dann habe ich den halt angenommen. Ich habe jetzt immer noch 153 Anfragen. Ich habe noch mindestens 100 Platz auf meiner Liste. Ich werde wirklich danach gehen, wer halt was gesagt hat und wer nicht oder wen ich kenne und wen nicht. Es gibt natürlich Leute, die sagen, hey, hab dich Geld und nehme ich an. Hast du mich schon angenommen? Nehme ich doch jetzt an. Ich weiß doch gar nicht wen. Da stand kein Name dabei. Und weil der Platz sowieso schnell voll ist dann und dann nichts mehr geht, konzentriere ich mich auf die Leute, die auch mit einem kommunizieren, die auch zuhören, die auch mal Videos gucken, die auch mal in den Streams vielleicht dabei sind oder die ich halt schon kenne hier. Grüße gehen raus an Rexy zum Beispiel. Ansonsten ist das erstmal ein kleines Update zu dem Account, was jetzt halt noch gefühlt einen Monat braucht, bis er dann sein Level Up auf 41 hat. So, was kommt da? Kenne ich nicht. Hopp. Es kommen auf jeden Fall immer zu Freundschaftsanfragen, was ich eigentlich sehr cool finde. Es geht auf jeden Fall voran mit eurer Hilfe auch. Vor allem auch das Event. Statt 3.000 gibt es gleich 4.500 EP für die erste Stufe. Mit dem Glücks-Ei gleich 9.000 EP für die erste Stufe. Dann kann man gleich 40 Geschenke mit einmal aufmachen. Du kannst abends da sitzen und immer gleich 40 mal 9.000 EP mit einem Glücks-Ei triggern und dann gleich noch andere Sachen abholen. Also das ist auf jeden Fall krass. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Peaceout vorhaut. Euer Ramses. Ja, das übrigens schöne Bild hier im Hintergrund. Habe ich das vorhin überhaupt gesagt. Das ist das Bild. Und dann habe ich einfach das Maskottchen reingeholt. Das Requarza, dass das hier auf dem Bett mitsitzt. Was natürlich jetzt das Maskottchen ist von der Raidmania. Die Raidmania es dann nicht mehr gibt, weil da müsste man Geld ausgeben. Das geht also nicht. Und keine Ahnung, ob es dann überhaupt noch Maskottchen gibt oder wie man die bekommen kann. Wenn ihr Ideen habt, irgendwas, noch Anregungen, Tipps, Sachen, ich binde euch mit ein, sagt was, redet, schreibt mit mir, kommuniziert. Was können wir noch machen, wie können wir das noch machen. Bis dahin. Peaceout vorhaut. Euer Ramses. Peaceout vorhaut.